Musik Ich will euch meine Geschichte erzählen, meine Freunde. 2011 fing bei mir alles an. Ich zeige euch jetzt mal mein allererstes Video. Ich habe damals angefangen mit Tutorials. Da habe ich wirklich gar nicht nachgedacht, was ich mache. Ich habe einfach alles aufgenommen, worauf ich Bock hatte. Habe es hochgeladen. Es ist wirklich ziemlich witzig, wie ich mich damals angehört habe. Hallo liebe Leute, hier ist MrGamerPros. Und in diesem Tutorial, mein erster Tutorial, zeige ich euch, wie ihr euren NAT-Typ von mittel oder auf strikt auf offen stellt. Ich finde selber, ich habe mich gut entwickelt. Ich bin immer noch die gleiche Person. Viele fragen mich immer wieder, warum dieses Pros? Wofür steht das S am Ende? Mein Kollege und ich, wir haben damals, als wir gezockt haben, wo wir noch klein waren, mit dem Handy alles gefilmt. Wir haben uns so gedacht, das müssen wir der Welt zeigen. Ich fing dann an, das Ganze hochzuladen. Er war nie wirklich dabei. Deswegen habe ich alleine weitergemacht. Und wer das niemals so bekommt, wie es jetzt ist, dann wäre ich auch niemals bei einer unglaublichen Zahl von über 200.000 Abonnenten. Ich muss euch ehrlich gesagt danken, dass ihr mich so supportet, so unterstützt. Ihr seid die Besten. Das ist meine Community. Ihr seid wirklich einfach die Besten. Ich wäre niemals so weit gekommen ohne euch. Ihr unterstützt mich, egal was für Videos ich hochlade. Ohne euch hätte ich das wirklich niemals erreicht. So unfassbar, dass ich endlich diese Adidas Gigi Booster, Bitch. Ich habe so Adidas Gigi Booster. Ich frage jetzt einfach ein paar Leute, ob sie die Schuhe kennen. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Können Sie werden ganz kurz stehen bleiben. Ich habe eine Frage. Kennt ihr die Schuhe? Kennt ihr die nicht? Komm einem ganz kurz her. Guck mal, Jakob, wie heißt du? David. Ich bin Asad. Kennst du diese Schuhe? Gecheckt. Kennst du die nicht? Hab ich die anderen kurz gesehen. Geil, ne? Ich muss mal den Eismann fragen. Kennen Sie die Schuhe nicht? Warum nicht? Die sind gut. Die sind bequem. Wollt ihr die tragen? Hier. Ich habe keine Methode, abzuhauen. Ich habe eine Frage an euch. Kennst du die Schuhe? Easy. Okay, das reicht. Und meine Freunde, das war es mit dem kleinen Video. Ich wollte mich auf jeden Fall noch mal bedanken für über 200.000 Abonnenten. Ich bedanke mich nochmal herzlich. Verleihern TV. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Also, peace. Peace.